Gelobt sei Jesus Christus Von der Mystikerin Maria von Acreda. Sie lebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Spanien. Schon 20 Jahre vor ihrer Geburt sagte die heilige Teresa von Avila voraus, Acreda, dieser Gottesgarten, wird für die heilige Kirche eine duftende Blume hervorbringen. Maria von Acreda war Abtessin eines Klosters und gleichsam eine große Visionärin. Von frühester Jugend an hatte Maria von Acreda durch übernatürliches Gnadenlicht tiefe Erkenntnisse über Gottes Wesen und Schöpfungsplan, über die Geheimnisse der Menschwerdung Christi, über die Gottesmutter und über die Erlösung des Menschengeschlechtes empfangen. Als sie dann im Jahr 1627 Abtessin geworden war, offenbarte ihr unser Herr Jesus Christus seinen Wunsch, alles, was er ihr über das Leben seiner heiligsten Mutter anvertraut habe, zu seiner Ehre und zum Nutzen der Seelen niederzuschreiben. Bei der Öffnung des Sarges in den Jahren 1909 und 1989 wurde bei medizinischen Untersuchungen jeweils festgestellt, dass ihr Leichnam vollständig, unversehrt und unverwest erhalten ist. Laut den anwesenden Medizinern verströmte ihr Körper außer dem himmlischen Duft. Folgende Lesung ist zwar nicht in durchgehender Reihenfolge, jedoch wortgetreu aus ihren Schriften übernommen. Wir werden nämlich speziell den Engelsturz und die Verfolgung der Menschheit durch Satan betrachten. Es wird darin berichtet, wie und warum der Sturz des einstmals höchsten Engel, Lucifer und seines Anhangs aus dem Himmel zustande gekommen ist. Da wir Menschen nach bestandener Prüfung dazu bestimmt sind, diese Plätze im Himmel einzunehmen, die Satan und sein Anhang für immer verloren haben, sucht er nun seit Anbeginn der Welt, dieses mit aller Macht aus Rache gegen Gott und aus Hass und Neid gegen die Menschen zu verhindern. Das ist auch der Grund für den unversöhnlichen Kampf des Satans gegen Gott und gegen das ganze Menschengeschlecht, dessen Folgen wir tagtäglich immer wieder aufs Neue erfahren. Offensichtlich wollen die Menschen aber nicht erkennen, dass die Ursache von all dem Chaos und dem Bösen Satan ist, dass er eben der Urheber des Bösen ist, durch die freie Zustimmung und die Beihilfe des Menschen. Ja, dieser größte Feind Gottes und Feind aller Menschen hat es sogar so weit gebracht, dass die meisten Menschen so verblendet sind, erstens anzunehmen, dass es keinen Gott gibt und zweitens anzunehmen, dass es keinen Teufel gibt und damit eben auch die Hölle für eine Lüge zu halten und gleichsam natürlich den Himmel. Und so betrachten sie größtenteils diese Dinge nur noch symbolisch. Aber das Stimme ist, wenn man an die Hoffnung nicht glaubt, die der Himmel ist, dann kann man da auch nicht hingelangen. Und das Zweite, wenn man auch an den Feind Gottes nicht glaubt, dann kennt man auch nicht das Böse, vor dem man sich schützen muss. Dann ist man eben schutzlos den Handlungen und den Einwirkungen Satans ausgeliefert. Deswegen sind diese Dinge Glauben zu behalten, die unbedingt von jedem Christen mit ganzem Herzen angenommen werden müssen, damit wir einerseits voller himmlischer Sehnsucht auf dem rechten Weg voranschreiten, Richtung Himmel, und andererseits damit wir all die bösen Anfechtungen abwehren können, die uns von Satan, seinen Dämonen und von der Hölle tagtäglich bereitet werden. Ja, genau durch diesen Unglauben, durch diese Gleichgültigkeit und auch durch die Nichtbeachtung des Willen Gottes hat eben Satan immer mehr Macht über die Menschheit bekommen. Bis zu dem Höhepunkt, der sich jetzt offenbaren wird, das Erscheinen des Antichristen, das Vollkommen Offenbarwerden der Gottlosigkeit, der Gesetzeslosigkeit, der Bosheit. Und die Menschen versuchen weiterhin vergebliche Bemühungen, einen falschen Frieden herbeizuführen. Denn ein Friede, der sich nicht auf Gott stützt und auf seine Gebote, ist niemals ein Friede, sondern nur ein Pakt mit dem Satan. Und um uns den rechten Weg zu weisen, hat Gott immer wieder auch Propheten gesandt, Offenbarungen, Mystikerinnen, auch in unserer Zeit heute, aber auch schon vor 400 Jahren. Und gerade dieses Werk von Maria von Akreda ist heute genauso aktuell wie damals. Nehmen wir noch die Worte des heiligen Paulus mit in unser Herz, der zu uns spricht im Korintherbrief, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Und an weiterer Stelle, Ja, zu solch aufbauenden göttlichen Offenbarungen gehören zweifellos auch die Schriften von Maria von Akreda. Und wir werden jetzt im Folgenden speziell die Texte betrachten, die Stellen, die die Ursachen, die Hintergründe und die Folgen des Wirkens Satans in der Welt enthüllen. Darin werden eben die geheimsten Pläne und die Absichten des Teufels und seiner höllischen Genossen gegen seinen Willen auf Geheiße Gottes hin uns offenbart und aufgedeckt, damit alle, die Ohren haben, hören und so noch stärker der Hölle und dem Satan widersagen können und sich noch inniger ketten können an die Kette der Liebe durch Maria an Jesus Christus. Amen. Die Erschaffung der Welt und die Prüfung der Engel Gott ist die Ursache aller Wesen, ihr Schöpfer. Er wollte die außer-trinitarischen Wunderwerke seiner Allmacht beginnen, wie und wann es seinem freien, göttlichen Willen beliebte. Moses erzählt davon im ersten Kapitel der Genesis. Da mich der Herr darüber erleuchtete, will ich das hier Notwendige sagen, damit man die Werke und Geheimnisse der Menschwerdung des göttlichen Wortes und der Erlösung vom Ursprung an erkenne. Im ersten Kapitel der Genesis steht, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und leer. Finsternis lag über dem Abgrund und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war und erschiet das Licht von der Finsternis und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht und es war Abend und Morgen der erste Tag. Genesis Kapitel 1 Vers 1 bis 5 An diesem ersten Tag Moses sagt im Anfang, er schuf Gott Himmel und Erde. In diesem Anfang trat der Allmächtige Gott in seiner Unveränderlichkeit verharrend, gleichsam aus sich selbst heraus, um Geschöpfen ein Eigendasein zu geben. Er fing gleichsam an, sich seiner Geschöpfe zu erfreuen, als an Werken, die in ihrer Weise vollkommen waren. Damit die Schöpfungsordnung eine höchst vollkommene sei, erschuf er von den vernunftbegabten Wesen den Himmel für die Engel und Menschen und die Erde zum Wohnort für die Menschen während ihrer Pilgerfahrt. Beide Orte schuf er so vollkommen und ihren gottgewollten Zwecken so entsprechend, dass David singen konnte. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Vom Werk seiner Hände kündet das Himmelsgewölbe. Psalm 18 Die Himmel in ihrer Schönheit offenbaren die Größe und Herrlichkeit Gottes. Sie sind der Lohn, den der Herr im Voraus für seine Heiligen bereitet hat. Das Universum der Erde zeigt an, dass dort Menschen wohnen und auf ihr zu ihrem Schöpfer wandern sollen. Vor ihrer Erschaffung bereitete er alles für sie vor und zog das zu ihrem Leben und ihrem Ziel Notwendige aus dem Nichts hervor. Durch all dieses sollten sie sich verpflichtet fühlen, ihrem Schöpfer und Wohltäter zu gehorchen, ihn zu lieben und seinen wunderbaren Namen samt seinen unendlichen Vollkommenheiten aus seinen Werken zu erkennen. Von der Erde sagt Moses, sie sei wüste und leer gewesen. Das sagt er nicht vom Himmel. Dort erschuf Gott die Engel. Moses deutet es an mit den Worten Gott sprach es werde Licht und das Licht ward. Moses redet nicht nicht nur von dem materiellen Licht, sondern auch von den Engeln diesen geistigen Leuchten. Er drückt sich hier nicht klarer aus, weil die Juden oft geneigt waren, außergewöhnlichen Dingen mochten sie auch an Würde weit unter den Engeln stehen, göttliche Wesenheit zuzuschreiben. Indessen war das Sinnbild Licht für die Natur der Engel sehr bezeichnend, auch im Hinblick auf ihr Wissen und ihre Gnaden, von denen sie schon bei ihrer Erschaffung durchstrahlt wurden. Zugleicherzeit erschuf Gott die Erde und in ihrem Mittelpunkt die Hölle. Es entstanden nach Gottes Willen sehr tiefe und weite Grifte für die Hölle, die Vorhölle und das Fegfeuer. In der Hölle wurde ein materielles Feuer erschaffen, so wie alles, was jetzt zur Peinigung der Verdammten dient. Darauf trennte der Herr das Licht von der Finsternis und nannte jenes Tag, dieses aber Nacht. Die Scheidung fand nicht nur zwischen Tag und Nacht in der Natur statt, sondern auch zwischen den Guten und den Bösen Engeln. Den Guten gab er das ewige Licht seiner Anschauung und nannte es Tag, ewigen Tag. Die Bösen dagegen nannte er Nacht der Sünde und schleuderte sie in die ewigen Finsternisse der Hölle. Daraus können wir erkennen, wie die barmherzige Freigiebigkeit des Schöpfers und Lebendigmachers und die Gerechtigkeit des gerechtesten Richters sich vereinigen. Die Engel wurden im empirischen Lichthimmel erschaffen und zwar im Stand der Gnade. Mit dieser sollten sie sich die Herrlichkeit als Lohn verdienen. Obwohl sie sich am Ort der Gnade befanden, schauten sie doch die Gottheit noch nicht von Angesicht zu Angesicht, bis sie es mit der Gnade durch Gehorsam gegen den göttlichen Willen verdient hätten. Die Guten wie auch die abtrünnigen Engel blieben nur kurze Zeit im Zustand der Prüfung, denn die Erschaffung, Prüfung und Entscheidung erfolgten in drei ganz kurzen Zeitabschnitten. Im ersten Zeitraum wurden alle Engel erschaffen und mit Gnaden und den Gaben des Heiligen Geistes ausgerüstet, sodass sie überaus schön und vollkommen waren. Dann folgte eine kurze Weile, in der allen der Wille ihres Schöpfers kundgetan wurde. Sie empfingen das Gesetz und den Auftrag, ihren Schöpfer als ihren höchsten Herrn anzuerkennen und so den Zweck ihres Daseins zu erfüllen. In dieser kurzen Weile entbrannte zwischen dem heiligen Erzingen Michael und seinen Engeln jener große Streit wieder den Drachen und seinen Anhang, den der heilige Johannes im zwölften Kapitel der geheimen Offenbarung berichtet. Die guten Engel verdienten durch Beharrlichkeit in der Gnade die ewige Seligkeit, die Ungehorsamen hingegen verfielen durch ihre Auflehnung gegen Gott der ewigen Pein. Nach der Beschaffenheit der Engel Natur und Kraft der allen Macht Gottes hätte dies alles ganz schnell im zweiten Zeitabschnitt geschehen können. Ich erkannte aber, dass die mitleidige Güte des Allerhöchsten mit einem gewissen zögernden Verweilen den Engeln das Gute und Böse, Wahre und Falsche, Gerechte und Ungerechte vorstellte, sowie die Bosheit der Sünde und die Feindschaft Gottes, den ewigen Lohn und die ewige Strafe. Endlich auch die Verwerfung Luzifers und seines Anhanges. Seine göttliche Majestät zeigte ihnen die Hölle und ihre Peinen. Sie haben alles angesehen, denn in ihrer erhabenen, rein geistigen Natur können sie alle geschaffenen endlichen Dinge, so wie diese in sich selbst sind, das heißt in ihrer Wesenheit nach klar erfassen. In dieser Fähigkeit schauten und erkannten sie vor dem Sturz aus der Gnade klar den Ort ihrer Strafe, den Lohn der Glorie, aber konnten sie auf diese Weise noch nicht erkennen. Sie empfingen aber eine andere Erkenntnis über ihn und außerdem ein offenbares, ausdrückliches Versprechen vom Herrn selbst. Dadurch hatte der Allerhöchste seine Sache gerechtfertigt und höchst gerecht gehandelt. All diese Güte und Gerechtigkeit aber hielten Luzifer und seinen Anhang nicht zurück. Darum wurden sie als Verstockte gezüchtigt und in die Tiefe der Hölle geschleudert. Hingegen wurden die guten Engel auf ewig in der Gnade und Glorie befestigt. Dies alles geschah im dritten Zeitraum. Damit ist erwiesen, dass außer Gott kein Wesen von Natur aus unfähig ist zu sündigen. Denn die Engel sündigten trotz ihrer erhabenen Natur, die mit so hoher Erkenntnis und so vielen Gnaden ausgestattet war. Sie gingen verloren. Wie wird es erst der menschlichen Gebrechlichkeit ergehen, wenn Gottes Allmacht sie nicht beschützt und wenn der Mensch Gott gleichsam zwingt, ihn zu verlassen. Ich wünschte zu wissen, aus welchem Beweggrund und durch welche Veranlassung Luzifer und sein Anhang ungehorsam waren und fielen. Ich erkannte, dass die bösen Engel der Verschuldung nach Sekundum Reatum vielerlei Verbrechen begehen konnten, wenn sie auch der Tat nach nicht alle begingen. Jene Sünden aber, die sie mit ihrem bösen Willen tatsächlich verübten, erzeugten in ihnen den Habitus, das heißt die Neigung zu allem Bösen. Auch zu jenem, das sie selbst nicht verüben konnten. Zu diesen Sünden aber verführen sie die Menschen und freuen sich, wenn es ihnen gelingt. Luzifer geriet damals in eine sehr ungeordnete Selbstliebe, denn er sah sich mit einer höheren Schönheit der Natur und Gnade ausgerüstet als die übrigen Engel. In dieser Erkenntnis hielt er sich zu lange auf und das Wohlgefallen an sich selbst hemmte ihn so, dass er Gott, der einzigen Ursache all seiner Vorzüge, den schuldigen Dank lässig und träge darbrachte. Wiederum betrachtete er sich selbst. Aufs Neue gefielen ihm seine Schönheit und seine Gnaden. Er schrieb sie sich selbst zu und liebte sie als seine eigenen. Diese ungeordnete Selbstbetrachtung bewirkte, dass er sich mit den Kräften, die er von einer höheren Macht empfangen hatte, nicht nur, nicht wie er sollte, über sich selbst erhob, sondern sie verführte ihn auch zum Neid gegen andere und zur Begierde nach den Gaben und Vorzügen der anderen. Da er diese für sich nicht erlangen konnte, entbrannte er in tödlichen Zorn und Hass gegen Gott, der ihn aus dem Nichts erschaffen hatte und gegen all seine Geschöpfe. Aus dieser Verfassung entsprangen Ungehorsam, Vermessenheit, Ungerechtigkeit, Treulosigkeit, Gotteslästerung, ja, sogar eine Art Abgötterei, denn er begehrte für sich jene Anbetung, die man allein Gott schuldig ist. Er lästerte Gottes Hoheit und Heiligkeit, er verlor den Glauben und die Schuldige Treue, er nahm sich vermesslich vor, alle Geschöpfe zu vernichten und schmeichelte sich, dies und noch manches andere ausführen zu können. In dieser Geisteshaltung verharrte er, seine Hoffahrt steigerte sich, doch seine Vermessenheit war größer als seine Stärke, denn in dieser konnte er nicht wachsen, doch hinsichtlich der Sünde ruft ein Abgrund dem anderen zu. Der erste sündige Engel war Luzifer, wie uns Isaias im 14. Kapitel berichtet. Er verführte die anderen, deshalb wird er der Fürst der Bösen Geister genannt, also nicht Vermöge seiner Natur. Nicht wegen dieser, sondern nur um der Sünde willen konnte er diesen Titel behaupten. Die sündigen Engel sind nicht alle aus einem Chor, sondern aus allen vielen Engel ab, und zwar viele. Jetzt will ich, wie ich es schaute, berichten, nach welchen Ehren und Vorzügen Luzifer voll Neid und Hoffahrt trachtete. In den Werken Gottes ist alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Darum beschloss die göttliche Vorsehung den Engeln unmittelbar nach ihrer Erschaffung, also bevor sie sich noch anderen Zielen zuwenden konnten, das Endziel zu offenbaren, zu dem sie erschaffen und mit einer so erhabenen und ausgezeichneten Natur begabt worden waren. Gott erleuchtete sie auf folgende Weise. Zuerst empfingen sie eine sehr eindrucksvolle Erkenntnis von der Wesenheit Gottes, seiner Einheit in der Natur, seiner Dreifaltigkeit in den Personen. Zugleich erhielten sie den Befehl, den unendlichen Gott als ihren Schöpfer und Herrn zu verehren und anzubeten. Alle folgten gehorsam, doch mit Unterschied. Die guten Engel folgten aus Liebe und Gerechtigkeit. Sie unterwarfen sich mit bestem Willen, nahmen gläubig auf, was ihre Fassungskraft überstieg und gehorchten freudig. Luzifer aber unterwarf sich nur, weil ihm das Gegenteil unmöglich schien, darum auch nicht mit vollkommener Liebe. Er teilte seinen Willen zwischen sich und der untrüglichen Wahrheit des Herrn. Deshalb fand er das Gebot schwer und lästig, und er erfüllte es nicht mit vollkommener Liebe und nicht aus Gerechtigkeit. Darum geriet er in eine Verfassung, die seinen Ungehorsam herbeiführte. Diese Lässigkeit und Zurückhaltung, mit der er diese ersten Akte setzte, beraubten ihn noch nicht der Gnade, doch begann hier seine üble Verfassung. Er empfand eine gewisse Schwäche in der Tugend, und ein Absinken im Geiste und seine strahlende Schönheit minderte sich. Meines Erachtens ist die Wirkung dieser Lieblosigkeit und Lauheit jener zu vergleichen, die in einer Seele durch eine freiwillige, lässliche Sünde hervorgerufen wird. Damit will ich nicht sagen, dass Luzifer damals schon schwer oder auch nur lässlich sündigte. Er erfüllte Gottes Gebot lau und unvollkommen. Dies war sein erster Schritt zum Fall. Ferner offenbarte Gott den Engeln, dass er Menschen vernünftige Geschöpfe einer niederen Ordnung erschaffen wolle. Auch diese sollten Gott als ihren Urheber und ihr ewiges Gut lieben, fürchten und ehren. Er werde diese Natur überaus begnaden. Die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit selbst werde Mensch werden und den hypostatischen Union die menschliche Natur mit der göttlichen zu einer Person vereinigen. Diesen zukünftigen Gottmenschen sollten die Engel nicht nur wegen seiner Gottheit, sondern auch wegen seiner Menschheit als ihr Oberhaupt anerkennen, verehren und anbeten. Als an Würde und Gnade ihm untergeordnet sollten sie seine Diener sein. Zugleich ließ Gott die Engel erkennen, wie geziemend, gerecht und vernünftig diese Unterwerfung sei. Denn die Annahme der vorausgesehenen Verdienste des Gottmenschen haben ihnen die Gnade verdient, die sie schon besaßen, sowie die Glorie, die sie noch nicht besitzen sollten. Wie alle übrigen zukünftigen Geschöpfe hätten auch sie die Aufgabe, den Gottmenschen zu verherrlichen, weil er aller Wesen König sei. Alle vernünftigen Geschöpfe, die der Erkenntnis und des Genusses Gottes fähig seien, sollten sein Volk werden und ihn als ihr Haupt anerkennen und verehren. Dann wurde den Engeln das entsprechende Gebot erteilt. Die Gehorsamen heiligen Engel unterwarfen sich diesem Befehle sofort mit ganzer Willenskraft, mit demütigem und liebeglühendem Eifer. Lucifer aber, voll Neid und aufgeblasener Hochfahrt, widersetzte sich und trieb die gleichgesinnten Engel an, ein Gleiches zu tun. Auch sie gehorchten dem göttlichen Befehle nicht. Dafür versprach Lucifer ihnen, dass er ihr Haupt seien und ein unabhängiges Fürstentum gegen Christus aufrichten werde. Neid und Hochfahrt und unordentliches Begehren verursachten in diesem einen Engel eine solche Verblendung, dass er unzählige mit der Pest der Sünde ansteckte. Nun erhob sich jener große Kampf im Himmel, von dem der heilige Johannes berichtet. Die gehorsamen heiligen Engel entbrannten vor Eifer die Ehre des Allerhöchsten und die Ehre des Gottmenschen, den sie in einem Gesicht schauten zu verteidigen. Sie baten um die Erlaubnis und Genehmigung des Herrn, wieder den Drachen zu streiten. Das wurde ihnen gewährt. Hier muss ich noch ein anderes Geheimnis erwähnen. Als allen Engeln geboten wurde, dem menschgewordenen Wort zu gehorchen, empfingen sie als drittes Gebot, jene Frau als Gebieterin anzuerkennen, in dessen Schoß der Eingeborene des Vaters das menschliche Fleisch annehmen sollte. Diese Frau werde ihre Königin und die Herren aller Geschöpfe sein und an Gnaden und Glorie alle Engel und Menschen überragen. Die guten Engel zeichneten sich durch Annahme dieses Befehles aus. Sie glaubten und priesen in tiefster Demut die Macht und Geheimnisse des Allerhüchsten. Lucifer und seine Anhänger aber erhoben sich in Folge dieses Befehles und bei der Offenbarung dieses Geheimnisses mit wachsendem Hochmut. In tobsüchtiger Wut begehrte Lucifer für sich die Auszeichnung Haupt aller Engel und des ganzen Menschengeschlechtes zu werden. Wenn dies nur durch die hypostatische Union möglich sei, so soll es sie an ihm geschehen. Im Hinblick auf die niedere Natur der Mutter des menschgewordenen Wortes »Unsere liebe Frau« widersetzte sich Lucifer unter schauerlichen Lästerungen. In unbändigem Zorn empörte er sich gegen den Urheber solch großer Gnadenwunder. Er reizte seine Genossen auf und rief »Diese Befehle sind unbillig, meine Hoheit wird dadurch beleidigt. Darum will ich diese Natur, die du mit so großer Liebe anblickst und fernerhin noch so reichlich begnaden willst, verfolgen und ausrotten. Dazu will ich meine ganze Macht und List aufbieten. Dieses Weib, die Mutter des Wortes, will ich von der Höhe, auf die du sie zu erheben gedenkst, herabstürzen. Ich will deine Pläne zu Schanden machen. Diese aufgeblasene eitle Hoffahrt reizte den Zorn des Herrn. Zur Beschämung Luzifers sagte er, diese Frau, die du nicht ehren willst, wird dir den Kopf zertreten, dich überwinden und zunichte machen. Wenn durch deinen Stolz der Tod in die Welt kommen wird, so wird durch ihre Demut das Leben und Heil der Menschen kommen. Sie werden jenen Lohn und jene Kronen empfangen, die du samt deinem Anhang verloren hast. Luzifer widerstrebte mit tollsinnigem Stolze allem, was er vom göttlichen Willen und seinen Entschlüssen verstanden hatte. Er drohte dem ganzen Menschengeschlecht. Die guten Engel erkannten den gerechten Zorn des Allerhöchsten wie der Luzifer und seinen Anhang. Sie stritten wieder sie mit den Waffen des Verstandes, der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Darauf wirkte der Allerhöchste ein anderes, geheimnisvolles Wunder. Nachdem er den Engeln, die hypostatische Union der zweiten Person mit der Menschheit durch Erleuchtung geoffenbart hatte, zeigte er ihnen die allerseligste Jungfrau in einem visionären Bilde. Er ließ sie die reine menschliche Natur in einer höchst vollkommenen Frau schauen. In dieser werde seine Allmacht viel wunderbarer wirken, als in allen Glaubenskönigin und unvergleichlich hohem Grade alle Gaben und Gnaden seiner Rechten hinterlegen werde. Die Schau dieses Bildes der Himmelskönigin und Mutter des göttlichen Wortes wurde allen Engeln den Guten und den Bösen gewährt. Dies Gesicht erfüllte die Guten mit Verwunderung. Sie sangen Loblieder und begannen gleich mit imbrünstigem Eifer und dem unüberwindlichen Schild jenes Zeichens bewaffnet, die Ehre des menschgewordenen Gottes und seiner allerheiligsten Mutter zu verteidigen. Der Drache und sein Anhang hingegen flammten auf in einem unversöhnlichen Hass gegen Christus und seine jungfröhliche Mutter. Dann erfolgte, was im 12. Kapitel der geheimen Offenbarung des Johannes enthalten ist. He hat hat geheimen ist. Untertitelung des ZDF, 2020